also hallo zu einem neuen video auf meinem kanal benswelt heute wollte ich euch einfach mal meine sylvester einkauf zeigen und hier sieht man jetzt schon mal als erstes moonflower das 24,99 kostet und ja das geht 80 meter hoch und hat 27 raketen ja zu sylvester kommt auch nochmal richtig cooles video genau und es hat ja genau so jetzt sind wir schon beim nächsten das goldrausch es sind sechs goldraketen für 15 euro circa und ja die gehen bis zu 50 meter ich fand das set einfach cool ich weiß auch nicht warum dieses ist übrigens bei pyroland das hat mir ein fan empfohlen dass diese seite ganz cool ist und ja genau das war jetzt goldrausch das jetzt ist jetzt eine batterie und die hat 82 schuss multi effekt batterie die schießt 50 meter hoch 45 sekunden lang und hat einen kaliber bis 15 zentimeter genau also mich hat die einfach ich finde die einfach richtig cool auf dem design allein okay das sieht zwar jetzt etwas übertrieben aus diesem grün aber ja so jetzt sind wir schon beim nächsten für 96 36 schuss ich war einfach das ist ziemlich billig und von wiko ist die die nämlich auch 36 schuss beginn mit einem knatter feuertopf gefolgt von imposanten gold und silber blinken sowie effekt starten popping stars brenn dauert circa 30 sekunden und die geht auch circa 50 meter hoch mehr dann mal zum nächsten das sind wieder raketen und zwar über 110 einzelteile ist aber nicht so viele weil nämlich wie man da in der mitte und schwer erkennen kann sind dann auch noch ziemlich viele kleinere sachen es sind 15 raketen oben und unten jeweils welche und genau inklusive effekt starker vulkan fontänen und verschiedenen lichtern jetzt schon zum nächsten für 999 fantastico das ist ca 170 einzelteile und sechs super effekt raketen mit multi color buckets und aber auch wieder ziemlich vielen klein teilen sound wie lautstärke knaller highlights und trendige jugendfeuerwerke hits genau so wie silvester wie gesagt kommt aber auch noch mal ein großes video schon mal zum nächsten das sind riesen china büller das sind 80 stück und ja irgendwie wollte ich dir einfach haben es sind vier stück im päckchen 20 päckchen im paket also hier sehen wir diese box und dann daneben ist so ein päckchen und hier noch mal in rot diese stange das ist ein stück genau also das video zu silvester das wird auf jeden fall richtig cool müsste unbedingt anschauen dann dann hier noch ein büller pack 299 kostet das sind acht kanonenkling mit extra lappen knall ich fand die einfach cool weil die auch so ähnlich aussehen wie dynamit und genau das ist noch mal auf pyro land gekauft und jetzt dann gleich kommen dann auch noch zwei sachen die wo ich auf pyro web gekauft habe jetzt sieht man sie schon pyro web das ist immer für 1590 dragster 81 schuss batterie ja ich mag batterien einfach weil wir einmal anzünden und dann sind die halt sind es halt ziemlich viele schuss und für 1590 81 schuss das geht ja genau pyro web müsst ihr vielleicht auch mal reinschauen da waren nicht ziemlich viele sachen drin aber genauso wie auch im pyro land ich hoffe ich habe mein kleiner weihnachtseinkauf gefallen und dann tschau wenn's welt